Musik Ihr hört ja nur das Programm Tüß am Heim. Der Redner und Lehrer ist Predja L. Friesen. Er vertelt von dir auch noch wieder davon, wo wichtig dort ist, dort als Eltern wir uns Tiet nehmen für unsere Kinder. Und nicht bloß wann sie sich schlecht abstellen, ob er so am Groten und Gonsen. Wennst du einen guten Empfang. Musik Weil Jesus lebt, will ich ihn leben lassen und fröhlich sein, wo er mich hingestellt. Mit ihm geh ich, getrost auf allen Straßen. Ich halte zu ihm, weil er stets zu mir hält. Ja, Jesus lebt, ich will ihn leben lassen und sagen, dass auch ich zu ihm gehör. Will täglich neu seine Hand erfassen. Er lebt in mir, ich preise ihn dafür. Weil Jesus lebt, will ich ihn leben lassen. Auch wenn der Spott, wenn der Spott manch bittere Wunde reißt. So wie den Herrn, wird man den Diener hassen. Weil er mich liebt, ertrage ich dies gern. Ja, Jesus lebt. Ja, Jesus lebt, ich will ihn leben lassen und sagen, dass auch ich zu ihm gehör. Will täglich neu seine Hand erfassen. Er lebt in mir, ich preise ihn dafür. Weil Jesus lebt, will ich ihn leben lassen. Gerade da, wo man ihn noch nicht kennt. Ob vor einem oder vor der Masse. Damit man ihn als Gott und Herrn erkennt. Ja, Jesus lebt, ich will ihn leben lassen und sagen, dass auch ich zu ihm gehör. Will täglich neu seine Hand erfassen. Er lebt in mir, ich preise ihn dafür. So, das war an der Tänja, weil er hat. Die Glauben, dass die haben wir bloß, wenn wir ihn beobachten, wenn wir ihn mit Tät geben. In der Stadt. Und das Wort, was auch die Älderen wird geben, ist, will wir nicht bloß die Tänjas in der Stadt geben, Tät geben, weil sie sind wie Mathe. Will wir leben in die Tät geben, weil wir wissen, dass es nicht notwendig ist. Dann will wir ihn Tät geben. Anders, dann will wir ihn lernen, dass wir ihn noch alleine lernen lernen spielen, und so weiter. Ob wir wahnsinnig genug Tät für die Älderen kriegen, besonders für die Vodas, dann wird es auf das nächste Level gehen. Und dann glaubt das Kind, und das ist aber falsche Glaubung, dass es bloß wird wird, weil er alles alles kontrolliert kann. Und das ist aber nicht so. So der Rot, was auch die Älderen wird geben, ist das. Weil wir nicht mit dem Kind sanken. Das hält nicht viel. Und es steht, weil wir bloß mit ihm töten schaffen. Und so vorhin, dann wollen die Kinder, die würden auch wirklich uns helfen, weil sie bloß können mit uns was tun haben. So als ich von uns morgens sehe, so vorhin wollen die drei Jahre Kinder, die wollen alle Babys sein. Und wir älder, viele Menschen sollten sein, und das sind nur sechs. Ich weiß auch noch von früher, wenn wir ja erst haben, dann wie ich so nicht sehe, als ein kleiner Junge, was meine Mama und Papa mit den Liedern. Und dann wurde der Knobber. Oder wir anspannen, in der Galsstunde mit der Rüttchenjacht, können wir zes Mal spielen. Und ich wunderte immer, was hat er da für seine Geheimen bereit? Was hat er sich da tragelegt? Und ich räkende ja erst viel. Ich hatte immer wieder eine feine Ankel und Tante. Und ich würde so nicht sicherlich sein, was die dann dachte, wichtig genug wieder, von der Rede. Wenn wir ein Freund haben, was wir glauben, wir werden gleiche, wenn andere Kinder werden, dass dein Freund sein, oder wenn andere Kinder sind, aufgewachsen sind. Das beste Ding ist, dein Freund haben, und dann, die Leute am Gang haben, mit unsere Kinder. Wir haben vielleicht noch ein gamespiel mit dem, so dass unsere Kinder können sein, wo die Menschen, was wir glauben, was wir glauben, was wir glauben, wenn wir da nicht und die Kinder sind, wo die Kinder werden, wo sie dann verlieren. Ich würde gleich, wenn wir die Kinder dort können sein. Ich lasse das mal, wo in einem Buch, wo das das da schaffe. So als ich da in den Haus komme, dann sehe ich die Frau, ich sehe zu ihr, wo die Kinder hier, wie soll ich das Poli, das haben wir. Die sagen, wir werden hier alles, weil wir hier, es könnte alles schaffen, dann können wir ihn spielen, wo das Leben dann gehen. So, dann fang ich ihn ab und kommen wir den zu fast verhauen, in den Sündach. Und dann sehe ich den Mann, das krieg, was an Sylvia, ich sehe, die sind mit unseren Heroes, die würden so gleich hier so eingestellt sein, zu Gott, und den anderen, und andere, das die sind. Und die würde gleich, weil Anzeichenja könnte es sein, weil so eine Mensch ist, die vertalert werden, spielen werden und leben werden. Oh, sagt er, wir sind nicht vollkommen genug verdacht. Oh ja, sagt er. Ich glaube, wir sind die rechten Menschen. So, dann kommen wir zur Hand zu Fassbar. Und Anzeichenja sagt er auch im Kranz und hört, dass wir spazieren werden. Manchmal sehen sie ein bisschen was. Wir können welchen Menschen mit dabei sein, ob wir nicht alles regieren. Das nicht. Und dann denken wir mit der Zeit noch mit games spielen, mit dem Dach. Das hat die alle mit der Stadt geplant. Und dann verlor die Anke ganz gerindlich das game. Und dann sagt sie eine Frau zu ihm, man sagt, das ist der Basterd, was du hast verloren in eine lange Zeit. Oh, sagt sie, ich werde alles vertellen, wie es in den Häusern war. Er hat nicht mehr gesagt, was es war ich mir hier. Er wusste, dass er sich selbst ein bisschen bedoelt hat. Aber er wusste, es ist in der Früh, er würde alles reich machen. So, was braucht das, wenn unsere Freunde, was wir glauben, die reichte Anstellung hat, zu alles, wenn die mit der Hand kommen, dass sie keine Anzeichenja mit spielen, wo Leben mit gelebt. Denn wenn junge Menschen niemals sein müssen, wo die recht eingestellt sind, leben, wo können sie denn das leben? Wenn sie niemals hören, vor der Bede, wo können sie lernen, zu Gott reden? Das kommt nicht bloß automatisch. Das wird ihnen gelebt. Die jene Früge Jezus, in Matthäus Saas, zum Einen Leren Bede, nennt er Jezus ein ganz einfach, dass unser Vater gebet liere. Das sagt mir, dass wir mit dem Krieg sofern gehen. Jesus als Anzüge Priester, und er hat uns gefragt, als Vodas, Krieg dort ins Heim zu sein. Das dritte Ding, was Kinder tun, wenn sie nicht gehörsam sind, und sie können bloß nicht dort kriegen, haben nicht Kontrolle, und so weiter. Und ich hoffe, wenn ich ein Ding sage, dass Kontrolle denkt, wenn äldre die Tünen saßen im Haus, dann kann Gott dort sehen. Wenn Kinder tun, dann kann Gott nicht sehen. Wenn Gott hat äldre angeordnet, hat leraus angeordnet, um die Tünen zu stellen. Nicht Kinder. Und Kraken, wo sie ein Kinderslammen, die sollen nicht gerne die Tünen stellen. Das geht um die Älderen. Das dritte Ding ist, die Kinder wollen nun treten. Sie glauben, dass sie mit den anderen Kraken so weit tun, als ein Kind bei Dad. Was verroht, ich habe uns ein Andergewe, weil wir nicht ansloten weidäunen, wie wir ein Kind zu uns sagt, in der Zeit. Ein Vater kommt an mir, ganz kurz, und sagt, mein 14-jähriger Junge, der sagt mir, dass er mir da ist, er gleich mir rein, er will nichts mit mir zu däunen haben, und alles in der Zeit. Und er sagt mir, dass er mir jüdendlich wei. well, sag ich, wo viel Zeit spendest du mit ihm sehen? Well, er sagt, ich kann nicht viel was tun. Ich habe ihm viel zu sehen gejagt, wenn ich will schaffen. Und ich will nur sagen, dass das nicht der rechte Weg ist. Well, ich sage, dann wird nun mal viel mit dem Jungen umgehen können. Alles wird er mit dem zu tun. Und ich sage, da gibt es nicht viel reden, weil er sich nicht mehr über die. Und wenn ein Mensch erinnert hat, dann ist alles fertig. Auf der Vorgang steht mit dem. In fact, ich glaube, dass er sich da ist, ich will ein Wachen enden, ich will mit dem zu wachen fahren. Bloß du in den Arm. Vielleicht will ich ein Kanu renten, mit einem Lifejackets, und dann will ich das Meer Kanu. Und dann dort in der Wildnis, will ich ein Stahle in den Tent abnehmen. Ich glaube, dass der Tent so mir ist, bloß für zwei Monate rum haben, weil wenn ich die so großartig habe, dann muss ich ein bisschen mehr rum haben. Und dann, wenn der Borisch wurde, die große Stabüte mit Rang kommen und Rattler, und der Wildnis dort wurde mit Jule, dann wird der Jungen ganz dicht bei dir kommen. Und dann fangen wir an zu vertrauen zu gehen. Als Charakter ist es schafft, hat er das mehrere Mal. Und nur zwei Jahre hat er seinen Jungen trägt. Wie will er, als die Kinder ihre Freundin sein, ohne ihre Flurdeid? Und so will wir das Jungen wissen, dass wir nicht mehr leben, dann wird sie auch mehr leben können. Und das Gals-Oyster ist das. Das Kind, das Jungs, das Jungs ab, mit ihm leben. Und die Gleifte, das ist nichts, was die nach Kondonen. Ich weiß nicht, was die Gals-Oyster ist, die Gals-Oyster ist, die Gals-Oyster ist, wenn sie bloß können. Ich weiß nicht, dass sie 15 Jahre, die Gals-Oyster meint, die Gals-Oyster meint, in die Gals-Oyster meint, und fragt mich, ob sie sich mit dem Leben nehmen, als ich erdankend sei, dass sie glücklich im Himmel sind. Ich sage, Nein, das kann ich nicht. Im Himmel können ich mehr da nennen, unless sie verjeeft werden von Jesus. Und ich sage, wenn ich mein Leben nehme, dann sehe ich mein eine mehr da. So ich kann die nüchstens das versprechen. Und ich sage, Gott kann auch nicht. Oh, sage ich sie, und dann weiß ich bloß nicht, was ich da will. Weil, sage ich, vielleicht soll ich mit ihm kommen und spazieren. Und dann leid ich ein Krieg seine, wovil Jesus verargetan hat. Wel, wir beten. Himmlische Vorder, du weißt, Krieg wird er in uns kap und hart zettet. Du weißt, dass wir dicht in die wandern, oder mit dir die zu sehen houden. Du weißt, dass wir Dinge haben, immer der Reichstall mit dir oder nicht. Und ich bete, dass keiner möchte hier Dinge am Rammtasse, was sie gleich dürfen, was sie leicht können, die geben. Krieg ist es zu sagen, Matthäus auf 28. Nun musst du uns die Ruhe geben, die Frieden geben, was kein Ander als es dort kann geben. Halt uns, zu allem, was uns schwor ist, die Befohlen. In Jesus' Namen. Amen. Und wir sind Menschen, die belohend sind, mit Sinn. Halt mich dran, zu denken, wo ich auf gut sein. Wann hat nicht, wie er, hat jemand, wie hat von ihm vertelt. Wie hat noch einmal verloren, in hat kein Frieden holen. Wer wird dann von Jesus sein, wirst verlegt, nur an zu tunen. Wer wird dann sein, dass Jesus anreift, Du hast jemanden, der mich war. Ja, das macht mir nur was ernen, würde jemanden sein. Sein Leben ist nicht möglich, ich kann Jesus nicht. Sie hat wirklich zu haben, sie hat wirklich zu gehen. Dein Verlunde zu sägen diesen Eindruck in Wahrheit. Wer wird dann von Jesus sein? Der ist völlig nur an zu wohnen. Wer wird dann sein, wenn Jesus anläuft? Du hast jemanden, der mich freut. Wer wird dann von Jesus sein? Wer ist völlig nur an zu wohnen? Wer wird dann sein, dass Jesus anläuft? Du hast jemanden dort nicht weit. Du hast jemanden dort nicht weit. Er ist nicht. Er ist nicht. Er ist nicht. Er ist nicht.